Füge innerhalb von 5 Sekunden nach dem Sprinken Gegnern Schaden mit Schrotflente zu. Den Schaden könnt ihr an Gegnern machen, aber auch an den Tieren, also an Wölfen, an Schweinen, an Hühnern. Überall zählt der Schaden. Es muss wie gesagt kein Gegner sein. Wichtig ist nur, dass ihr sprintet und innerhalb von 5 Sekunden dann den Schaden zufügt. Viel Erfolg dabei!